Ja, liebe Frau Wies-Freunde, was mache ich heute wieder einmal? Etwas Spezielles. Wir sind am Aufräumen, am alten Gerümpel, am Wegwerfen. Wir haben im Haus und hier auch in der Mosterei einen Teil geräumt. Unser Vieh-Anhänger ist proppevoll. Und mit dem gehen wir jetzt nach Batzenheide in die Kehrigverbrennungsanlage. Und dann wird das dort zum Speermüll geworfen, wo das Ganze nachher geschreddert wird. Und dann verbrannt, fachgerecht, entzeugt. Ja. 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 So, ich bin jetzt wieder zu Hause und hier sehen wir deinen Abrechnungszettel. Wir haben 440 Kilo abgeliefert, das kostet schlussendlich 82 Franken 30 und noch zwei Stück alte Pneus, die ich noch mitgenommen habe zum Entsorgen. Das kostet 10 Franken, also ist recht heuer. Alte Pneus entsorgen und weil die Verbrennungsanlage in Batzenheit müssen die auch weitergeben in ein Zementwerk. Die können sie nicht selber verbrennen. Ja, das wäre es soweit.